Herzlich Willkommen zu einem kleinen Trailer und Informationsvideo zugleich. Ja, am, oder diesen Samstag, findet ja das 2-Stunden-Rennen in den Race-Room statt. Ja, Fahrer, ja doch, Fahrerplätze oder Fahrerslots gibt's noch genügend, ne, um das mal etwas zu übertreiben. Und ja, wir werden eben auf der Nordschleife fahren mit GP-Anwendung mit 24 Stunden leer, bla bla bla. Ja, drei Klassen, nämlich einmal die GT3, die D92 und der Porsche GT3 Cup. Ähm, das sind nämlich die drei Klassen. Und ja, wir sind hier auf der Nordschleife unterwegs, wie man hier auch ganz unschwer erkennen kann. Ähm, ja, aktuell sind wir, glaube ich, leider nur 10 Leute, aber das könnt ihr nämlich schnellstens ändern. Ähm, auch nochmal so zur Last-Minute-Anmeldung, ne. Ähm, und zwar, ähm, Anmeldung geht eigentlich, glaube ich, bis 1-2 Stunden vor mir werden wahrscheinlich. Ähm, aber ja, mal gucken, ich meine, wir haben jetzt ein Race-Room-Event und 10 Fahrerplätze. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr noch an den Einsteigen würdet, ähm, wie schon gesagt, GT3-Klasse, DTM 290 oder halt dann eben den Porsche GT3 Cup, ähm, ja, vor allem den Porsche GT3 Cup zum Ausstrahl leider sehr, sehr wenig. Ähm, na ja gut, auf jeden Fall ganz kurz noch zum Aufbau des ganzen Events erstmal an sich. Und zwar haben wir, äh, ja, 15-minütige Vollbesprechung. Danach wird dann auch der Leistung gestartet. Der werde dann leider ich nicht kommentieren, sondern halt eben fahren, zugunsten halt eben leider abgrund der Fahrerslots. Ähm, aus meinem Opel Omega raus. Ja, ich tue mir diese, ja, Schleuder mal an. Auf jeden Fall, ähm, 15, äh, 1915 bis 1930 quasi die Besprechung. Danach eine Stunde Qualifying, also hat man relativ viel Zeit, die ganze quasi, ja, äh, ne Zeit quasi hinzulinken. Und dann halt eben zwei Stunden Rennen danach, mal gucken, ob es dann von den Nettklassen nochmal Interviews geben wird. Das kann ich aber zu diesem Sammeln-Ontal leider noch nicht so sagen. Ja, an sich Nostreife, ich bin mal gespannt, ähm, wie es so sein wird. Äh, natürlich hoffe ich mal, dass keiner disconnectet oder, äh, den F geht, weil 10 Leute ist halt dann schon relativ wenig. Aber mal gucken. Hoffentlich werden wir viele Fights, die wir sagen. Erstmal danke fürs Zusehen. Äh, guckt rein in den Livestream, fährt, äh, der Fahrrad am besten mit. Und, äh, ja, dann sieht man sich immer am Samstag, ne. Um 1930 hier bei Bifurzer Virtus & Racing. Danke für's Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!